Er war ein Angehöriger der Feuerwehr. Er trug ein blaues Eilchen auf der Brust. Er hätte gern bei Rosenroter Mitternacht so Menschen aus dem Feuer rausgeholt. Und jede Nacht träumt er das Gleiche, jede Nacht, dass jemand lässt ein Streichholz fallen. Doch blieb die Gegend kühl und ohne Brände, ach, die Leute brannten nur Zigarren an. Ich saß als Kind im Garten hinterm Himbeerstraum und sah ihn auf dem Feuerturm marschieren. Nicht, dass er wünschte, irgendwas brennt plötzlich ab. Doch irgendwas war traurig und verkehrt. Es schlief im Staub der Weg in seiner ganzen Länge. Die Feuerglocke auf dem Turm blieb still. Und dabei brannte eine ganze Menge. Nur hat das bisher nicht ein Mensch bemerkt. oder wie geht nicht? Das war der Weg in seiner ganzen Länge. König anhe ich mit dir無ieb? Ich würde nichtati, wenn du jaunenst dabei bist. amb photos lovedest. потому, meine媒äge зависi dig. Ja, ich würde jaunenst dabei.